So, hallo und alle zu einem neuen Video und heute gibt es mal etwas anderes als sonst und diesmal auch wieder ja was Spezielles, was soll ich dann sagen, es ist was Spezielles und zwar habe ich mir gestern ein zufälliges Rätsel einfallen lassen, ein Minecraft Rätsel sozusagen und da bin ich wirklich zufällig drauf gekommen, ist so eine Idee, vielleicht könnten wir das mal machen, so als Rätsel, wie auch immer und ich denke mal einige von euch werden sich daran die Zähne ausbeißen, ich habe mir so eine Voidmap erstellt, die ausgeleuchtet und also so eine kleine Startbasis erstellt in einer Voidmap, die ist ausgeleuchtet. Dass keine Mobs spawnen können und ich werde euch jetzt hier drauf ein Rätsel stellen, ihr könnt euch die Map auch runterladen, werde ich hochladen und dann könnt ihr das selbst ausprobieren und rätseln. Falls ihr schon wisst, wie es funktioniert oder wie es geht, dann müsst ihr euch jetzt nicht runterladen, ich schreibe es einfach so. Mich würde mal interessieren, ob es vielleicht zu einfach ist, zu schwer wie auch immer, das weiß ich im Vorhinein nicht, aber wenn ihr die Lösung wisst, könnt ihr diese ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich hoffe mal doch, ich hoffe mal es ist nicht ganz so leicht zu knacken jedenfalls. Gut, das habe ich mir überlegt, das war so ganz spontan und ich klicke einfach mal los. Also ich habe hier so eine kleine Basketball und ich baue mit euch jetzt die Karte zusammen, sodass ihr seht, was wir da machen. Das Rätsel besteht aus folgendem. Wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen Fences oder neben besser noch, wir brauchen Iron Bars, wir brauchen Eisengitter, dann brauchen wir ein paar Blöcke und dann brauchen wir Minecarts unter anderem, da brauchen wir ein bisschen Schienen und dann zeige ich mal kurz, was ich damit meinte. Eure Aufgabe wird folgende sein und zwar mache ich mir Türme hier hin, ja, so eins, zwei, drei, mal drei Blöcke hoch, dann im Abstand von zwei Blöcken wieder eins, zwei, naja, kommen schon drei. So, also wir bauen jetzt praktisch solche kleinen Türmen aus Eisengittern und da kommt dann etwas drauf, Sekunde, das heißt der dritte Turm sozusagen erst und da kommt immer ein Block drauf, auf diesem Block kommt eine Rail drauf, da kommt ein Minecraft drauf und da wird der Block zerstört. Und die Rail kommt auch jetzt zerstört und da stehen Minecarts drauf, ja, auf solchen Posts, auf solchen Stützen, wie auch immer und warte dir ganz kurz, muss ich noch bei jedem Mal jetzt hier machen. Insgesamt werden es fünf, insgesamt werden es fünf Minecarts, ne Quatsch, insgesamt werden es zehn Minecarts sein, so rum. Zehn von solchen Minecarts-Dingern werde ich jetzt bauen und dann werde ich euch etwas geben, also es wird gegebenermaßen von gewissem Material geben sozusagen und ihr müsst diese Minecarts damit zerstören. Und dann ist es auch Bedingung dafür, dass ihr mit diesem gegebenen Material sie zerstört und das hört sich erstmal komisch an, dann warte ich mal ab, ich erkläre mal ein bisschen, ich baue es mal ein bisschen weiter, so. Jetzt habe ich schon vier davon gemacht und jetzt kommt noch der fünfte dazu. Das war wirklich so eine Idee, weißt du, ich war so kurz vor dem Einpennen, wo ich sage, boah, das muss ich machen. Ich bin aufgestanden, habe mir das notiert heute für das zweite Video, das wäre vielleicht was. Okay, für alle Rätselfüchse und euch. Gut, dann haben wir hier die ersten fünf Minecarts stehen und die Sache ist die, wir brauchen eine Chest, also eine Kiste sozusagen, ja. In dieser Kiste wird euer Startgeer drin sein, was ihr mehr oder weniger halt verwenden dürft, um die Minecarts zu zerstören. Ihr dürft sie nicht kaputt schlagen, das ist die Bedingung. Ihr braucht einen Bogen und ihr braucht Pfeile dafür. Und jetzt denkt ihr euch, wüt, 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 so toll ist das jetzt auch wieder nicht. Nun ja, das Besondere daran ist, ihr habt nur fünf Pfeile für zehn Minecarts. Und jedes Mal, wenn ihr ein Minecart praktisch trefft, dann, warte, ist das etwa gleich jetzt hier? Ja, ist gleich. Jedes Mal, wenn ihr ein Minecart trefft, dann verschwindet ja der Pfeil. Aber ihr müsst trotzdem mit diesen fünf Pfeilen alle zehn Minecarts abschließen. Das wird die Aufgabe sein für euch, das ist bestimmt ein bisschen schief. Das wird die Aufgabe sein für euch für dieses Rätsel. Vielleicht gebe ich euch noch ein paar Tipps, also bleibt dran, Sekunde. So, das mache ich auch wieder ab. Dann wieder zwei Blöcke entfernt. Ja, ich mache es ein bisschen so wie drüben, so einfach ein bisschen symmetrisch. Natürlich gibt es dahinter einen Trick, also so viel kann ich schon mal sagen, ja. Es wird da garantiert einen Trick dahinter geben. Nur welchen Trick, den möchte ich nicht verraten. Das solltet ihr am besten alleine herausfinden. Dann hier die nächste. So, so und dann so und so und so. Und das ist mal was anderes als sonst. Keine Ahnung wieso. Also es war einfach so ganz, ganz, ganz schmurtan. Vielleicht, vielleicht ist ja interessant. Von daher, so, dann Bams. Bams, danke schon. So. Auch wieder Eisenbars. Er ist ein bisschen schwer zu bauen mit den Ironbars. Aber ich habe die genommen, mit den Minecarts schön zu erreichen sind, damit ihr auch Ja trefft. Weil verfehlen sollt ihr nicht. Also ihr dürft nicht verfehlen. Das ist die Sache. Ihr müsst jedes Minecart treffen. Deswegen könnt ihr euch so drunter stellen, direkt drauf. Dann könnt ihr es ja gar nicht verfehlen, sozusagen. Weil ihr habt ja nur fünf Pfeile. Und wenn ihr einen davon verlieren würdet, das wäre nicht so gut. Weil ihr werdet auch alle diese fünf Pfeile sozusagen brauchen. Um daraus dann, ja, hier die Minecarts abzuschießen. So, dann zack. Zack und zack. Und damit hätten wir auch das fünfte Minecart schon drauf. Gut. Ich habe ausgeleuchtet, dass keine Mobs spawnen können. Die Schwierigkeitsstufe bleibt auf normal. Das ist, wie etwa wenn ihr eigentlich auch egal für die Aufgabe. Aber ihr habt nur diese fünf Pfeile. Dann sortieren wir es mal ein bisschen schöner noch. So, ihr habt nur diese fünf Pfeile. Kann man so machen, so machen, so machen. Ach ja, Achtung. Ganz, ganz kurzer Einspieler zwischendrin. Ich habe was vergessen. Es kommt noch ein Holzblock dazu. Der kommt so in die Mitte da rein, zwischen die Pfeile. Okay. Ihr habt nur diese fünf Pfeile einfach. Und mit diesen fünf Pfeilen müsst ihr praktisch alle Minecarts runterschießen. Und ja, die werden nicht zerstört dadurch. Aber sie werden eingesammelt. Also es hat auch nicht unbedingt was mit Minecarts zu tun. Ja, ich hätte auch Boote nehmen können. Boote kannst du auch zerschießen. Die gehen dann halt ganz kaputt. Und ja, im Wesentlichen ist das so die Idee vom Gedanken her. Es gibt übrigens, ihr braucht euch natürlich nicht hier weiterzubauen. Ihr könnt nicht weiterbuddeln oder in eine Richtung gehen. Das ist wirklich eine Voidmap, die ich erstellt habe durch ein Preset. Das heißt, außerhalb von dem Gebiet, wo ich jetzt hier bin, gibt es nichts. Es gibt keine Möglichkeit, sich weitere Pfeile zu besorgen. Ihr könnt keine Flints abbauen, keine Sticks besorgen, keine Chickens, kein gar nichts, keine Pfeile zum Herstellen. Ihr dürft auch nicht den Kreativmodus benutzen, um euch Pfeile zu besorgen. Sondern ihr habt wirklich nur als Materialien, die ihr benutzen dürft, alles das, was in dieser Kiste ist. Also ein Bogen und fünf Pfeile. Dann die andere Sache. Es geht, es funktioniert. Man muss ein bisschen um eine Ecke denken. Und deswegen bin ich auch da drauf gekommen, sozusagen. Also, ja, der eine oder andere wird jetzt sagen, ja, ist voll easy. Kein Ding, weiß wie es geht. Das mag sein. Deswegen wird es auch eine Umfrage geben. Zunächst erstmal oben rechts. Ungeachtet dessen von das, was in den Kommentaren steht. Versucht bitte die Kommentare erst im Schluss zu lesen, falls ihr jetzt schon gesehen habt. Ist halt blöd. Aber ich werde eine Umfrage machen, wie viele von euch das Rätsel ohne Probleme lösen konnten und wie viele von euch dabei Schwierigkeiten hatten. Einfach mal abstimmen und dann wisst ihr auch, wie die anderen dazu stehen. Denkt dran, ehrlich abzustimmen, weil das ist halt dann fair, fair, oder dann hat man einen Überblick. Und dann ist es auch eine Rückmeldung an mich, um herauszukriegen, wie schwer dieses Rätsel jetzt tatsächlich war, wie schwer es ist. Und ja, das vielleicht jetzt doch irgendwie ist ja lame. Ich kann die Reaktion immer nie vorhersehen, ja. Ich habe leider kein Testpublikum, wo ich das einmal testen kann und dann so die Reaktion erstmal aufnehmen. Deswegen muss ich das hier so als kleiner Test laufen lassen und nicht so sagen, Ich denke mal nicht. Ich denke mal nicht. Ich glaube, es ist ein kleiner Knackmuster. Übrigens, kleiner Tipp, unten drunter ist nichts. Es ist komplett Cleanstone. Das Einzige, was hier auffällt, ist ein Cobblestone drin. Aber das ist einfach nur der Cobblestone, der automatisch durch das Preset gesetzt wurde. Da kann ich gerne wieder zumachen und wegmachen. Jetzt ist der Cobblestone auch weg. Wir haben wirklich nur eine Cleanstone-Fläche. Es ist nichts versteckt da drin. Es sind nur zwei Blöcke hoch. Also kannst du da keinen versteckten Block drin geben. Auch Stein könnt ihr nichts machen. Also ihr sollt die auch nicht abschlagen mit der Faust. Ihr dürft die nicht wegschlagen. Runterschlagen ist verboten. Ihr müsst jedes Minecraft mit Hilfe eines Pfeiles abschießen. 100% garantiert. Und nur mit fünf Pfeilen, die da sind. Und ja, kann ich irgendwelche Tipps geben, wie wir uns am besten machen. Irgendwelche Tipps und... Ja, der Tipp ist, es ist Minecraft. Es ist alles möglich. Ihr seht es aus den Fünf-Dinge-Serien, aus den Fakten und Bugs, die es dazu zu zeigen gibt. Achso, ja, es ist übrigens auch kein Bug. Also es ist kein Bug, den man nicht wissen kann, sozusagen. Es ist kein Bug, den man nicht wissen kann. Also es ist auch generell kein Bug. Nicht nur ein Bug, den man nicht wissen kann. Es ist kein Bug. Es ist ganz normale Spielmechanik. Und wer die letzte Zeit meine Videos gesehen hat, wird eventuell und sehr gut aufgepasst hat. Wer meine Videos gesehen hat und sehr, sehr, sehr gut aufgepasst hat, der weiß, wie das funktioniert. Oder wie es eventuell gehen könnte. Oder der hat eine Idee. Der hat wirklich eine Idee. Ja. Dann, äh... Es ist lösbar. Dann werde ich die Karte mal hochladen oder so, wenn es für euch alle verfügbar ist. Es wird dann im Survival-Mode sein. Ich werde den Charakter zurück in den Survival-Mode setzen. Die Karte ist auch im Survival-Mode gemacht. Ich habe es im Laden geöffnet, dann mir den Creative-Mode geholt. Ich tue alles Sachen aus dem Metall wieder raus. Komplett raus. Komplett nackig. Und der Spawn-Punkt ist halt dann hier so auf der Kiste. Apropos, bevor irgendwas da wieder nicht stimmt. Ich mache mal ganz kurz hier ein Slash-Set-World-Spawn und dann auf hier, hier, hier. Sodass ihr immer hier oben spawnt. Auf 8, 7, 8. Und das ist dann, naja, hier. Das heißt, wenn ihr sterben solltet und spawnt, landet ihr hier drauf und nicht mehr unten drunter, weil da war ja der ursprüngliche Spawn, wenn ich das im Kopf in der Kiste steckte oder so. Das wäre blöd. So. Das ist der Karten-Mittelpunkt. Das wäre nicht gesagt, einfach so ein Flug. Und falls ihr irgendwie sterben solltet, wie auch immer, oder, ja, werdet ihr hier oben spawnen, dann kurz so runterfallen, blubb, und dann seid ihr da und könnt das Ganze austesten. So. Und jetzt lasse ich euch rätseln. Ich bin gespannt auf das Ergebnis. Wir sehen uns vielleicht in einem Auflösungsvideo oder je nachdem. Mal gucken. Bis dann, lass gachen. Und tschüss. Das Link zum Download ist in der Videobeschreibung.